Sie selbst sind aber jetzt ja kein Arzt, sondern Wissenschaftler eher, stellen aber Fragen zur Notwendigkeit der Behandlung. Inwiefern sind Sie kompetent dann dazu, das auch zu beurteilen? Ich sitze ja als Journalist vor allen Dingen, nicht als Wissenschaftler, sondern als Journalist an der Schnittstelle. Einige pharmazeutische Firmen, einige medizinische Fachgesellschaften erfinden Krankheiten oder bauschen sie auf. Sie engagieren dann PR-Firmen, sie veranstalten Pressekonferenzen, um dann die Medien zu beeinflussen, dass es diese Krankheiten gibt. Und dann ist die Hoffnung, dass die Medien weiter Bericht erstatten und die Krankheiten im Volk bekannt machen. Aus dieser Sicht kriege ich natürlich auf meinen Schreibtisch unaufgefordert permanent Post von Krankheitserfindern. Jahrelang ist mir das in dem Sinne nicht so aufgefallen. Es gab immer wieder obskure Dinge, die habe ich in den Mülleimer geschmissen, bis ich dann irgendwann die Idee hatte oder den Einfall hatte, Mensch, dahinter steckt ein System. Also die eine Sache ist, dass man als Medizinjournalist sehr wohl an der Schnittstelle sitzt, weil die Krankheitserfinder versuchen, einen auszunutzen. Das Zweite, ich habe mein Buch gegenlesen lassen von einem Chefarzt der Inneren Medizin. Das heißt, ich habe mich auch da abgesichert, dass Dinge auch plausibel und richtig sind, um da irgendwie Fehlerchen oder Missverständnisse zu vermeiden. Das Buch ist ja nun längere Zeit schon auf dem Markt und hat eine weite Verbreitung gefunden. Und es gab auch nicht den einzigen Versuch einer Gegendarstellung. Wie sieht das jetzt zum Beispiel mit dem Cholesterinwert oder auch diesem erhöhten Cholesterinwert auf? Da setzen wir auch an einem Irrglauben auf. Ja, vor ungefähr 13 Jahren haben private Ärzte, 13 Medizinprofessoren, beschlossen, diesen Grenzwert zu verändern. Damals war der bei 250 und dann hat man gesagt, lass ihn uns doch verändern auf 200. Also der Grenzwert wurde strenger gefasst. Bis heute fehlt aber ein ehrlicher wissenschaftlicher Beweis, dass es krankhaft ist, wenn man einen Cholesterinwert von etwas über 200 hat. Das heißt, man hat die Grenze verschoben. Und so fallen einfach sehr, sehr, sehr viel mehr Personen da rein. Genau, man hat die Grenze verschoben, ohne das zu begründen. Praktisch die Konsequenz ist folgende. Da ungefähr der Grenzwert oder die normale Verbreitung des Gesamtcholesterins liegt höher als 200. Das heißt, ein Grenzwert von 200 verwandelt die Mehrzahl der erwachsenen deutschen Bevölkerung, der Bevölkerung in Deutschland, in Menschen, die einen angeblich zu hohen Cholesterinwert haben. Ungefähr 60 bis 70 Prozent der jüngeren Erwachsenen, Erwachsenen zwischen 30 und 40, sind davon betroffen. Bei den Älteren geht es dann bis zu 90 Prozent unserer Rentner haben angeblich einen zu hohen Wert. Aber jetzt hört sich das ja wirklich absolut willkürlich an. Gibt es keine Richtlinien, die dann einen Grenzwert wirklich festmachen? Ja, das habe ich ja auch lange Zeit gedacht, dass es schon irgendwie so eine Instanz gibt, die Krankheiten bewertet. Und diese obskuren Pressemitteilungen, von denen ich gesprochen hatte, da habe ich immer gedacht, gut, das kommt aus privater Ecke. Die versuchen uns Journalisten zu beeinflussen. Aber im Grunde sind das nur Versuche, bis ich dann eben bei den Recherchen des Buches dahinter gekommen bin, dass auch viele Krankheitsbilder, die heute überhaupt nicht mehr hinterfragt werden, wie zum Beispiel der angeblich als Risikofaktor, der angeblich zu hohen Cholesterinwert oder auch die Wechseljahre der Frau, dass auch diese angeblichen Krankheiten vor 10, 15 Jahren irgendwann mal aufgekommen, erfunden sind. Und dass es damals eben auch schon ein Versäumnis war, dass es so etwas wie eine kritische Institution, die Krankheiten begutachtet, nicht gab. Irgendwie hat sich das verselbstständigt. Die Beweislast dreht sich um. Eine Frau, die ein bisschen älter ist, gilt in Deutschland seit einigen Jahrzehnten als kranke Frau. Das behaupten eben diese Frauenärzte. Sie sagen, die Frau steckt in der Menopause. Diese Behauptung bleibt nicht ohne Auswirkung. Also ein natürlicher Prozess wird als Krankheit hingestellt. Genau. Und das bleibt nicht ohne Auswirkung. Ungefähr heute, an jedem Tag, schlucken ungefähr 3 bis 4 Millionen Frauen in Deutschland Östrogenpräparate. Wie hoch sind denn die Kosten für diese erfundenen Krankheiten? Gibt es da irgendwie Zahlen? Ich glaube, da gibt es keine Zahlen. Keine Gesamtzahlen. Beispiel nochmal die Wechseljahre der Frau. Ungefähr 500 Millionen Euro geben wir in Deutschland jedes Jahr für Östrogenpräparate aus. Da bekommt man so eine Größenordnung. Also könnte man auch davon ausgehen, dass die Krankenkassenbeiträge auf jeden Fall sinken könnten, ohne die erfundenen Krankheiten? Das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand. Wie gesagt, es ist sehr schwer, das genau zu beziffern. Aber es gibt einen Trend, dass eben das Leben medikalisiert wird, dass normale Prozesse des Lebens dargestellt werden als etwas krankhaftes. Weil naturgemäß ist es ja so, die Leute, die diese Krankheiten haben, sind gesund. Und sie sind gesund genug, die Medikamente jeden Tag zu schlucken. Ja, immer wieder fällt der Begriff der Pharma-Lobby. Wie groß ist denn diese Macht? Es lässt sich aber eben auch nicht wegdiskutieren, dass es pharmazeutische Firmen gibt, die Krankheiten erfinden. Und sie haben so eine Art Monopol auf Gesundheitserziehung. Sie haben die Wirtschaftsmacht. Sie haben das Geld. Können Sie da ein ganz konkretes Beispiel nennen, wie ein Produkt, ein Medikament im Markt platziert wurde mit der entsprechenden Krankheit? Ja, ein ganz brandaktuelles Beispiel sind Testosteronpräparate. Also Gele, die dieses Männlichkeitshormon enthalten. Ganz aktuell versuchen zwei pharmazeutische Firmen, mit Sitz in Jena eine in Berlin, uns einzureden, dass es so etwas gibt wie die Wechseljahre des Mannes. Und wir waren ja eben bei der Frage, welche Macht hat die Industrie? Die Industrie hat in diesem Fall die Möglichkeiten, Medizinprofessoren gegen Honorar einzukaufen, dass sie auf Pressekonferenzen auftreten und Journalisten informieren. Sie hat die Möglichkeit, eine PR-Firma zu beauftragen, dass diese PR-Firma Umfragen startet im Volk, um eben die Wechseljahre des Mannes bekannt zu machen. Sie hat die Möglichkeit, eine Werbefirma zu beauftragen, die dann schöne Broschüren entwickelt, um eben auch die Wechseljahre des Mannes bekannt zu machen. Und sie hat eben die wirtschaftliche Kraft, Pharma-Referenten zu bezahlen, die die einzelnen niedergelassenen Ärzte und Urologen bereisen. Und diese Ärzte informieren über die angeblichen Wechseljahre des Mannes. Wie viel Geld geben die dafür aus im Vergleich zur Forschung? Man sagt ungefähr, dass ein Drittel der Einnahmen der Pharmaindustrie zurückfließen in Marketing. Welche Abhängigkeit besteht zwischen Pharma-Lobby und den Ärzten? Es hat sich in Deutschland eingebürgert, ähnlich wie auch in Europa oder in Amerika. Es hat sich eingebürgert, dass viele Ärzte sehr enge Verbindungen zur Pharmaindustrie unterhalten. Das heißt, gerade die bekannteren Medizinprofessoren treten als sogenannte Meinungsbildner auf. Sie sprechen auf Pressekonferenzen, sie informieren Journalisten und erhalten dafür Honorare in Höhe von bis zu 3000 Euro. Auch der niedergelassene Arzt wird sehr viel besucht von Pharma-Referenten und es gibt auch so etwas wie sogenannte Anwendungsstudien. Das heißt, die Pharmafirma sagt, wenn Sie als Arzt dieses Medikament verschreiben, dann machen wir dazu noch eine wissenschaftliche Studie. Da haben Sie ein bisschen Verwaltungsaufwand, Sie müssen Fragebogen ausfüllen und dafür kriegen Sie Geld. Das heißt aber umgekehrt kann man sagen, der Arzt kriegt eine Kopfprämie für jeden Patienten, dem er das bestimmte Mittel verschreibt, profitiert. Er kriegt ja etwas Geld von der Industrie. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war dann, die Pharma-Lobby gegen die Politik und Sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren bis zur Stunde, dass sinnvolle, strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht es nicht. Ja, ich kann Ihnen dann nicht widersprechen. Grundsätzlich, was halten Sie denn von Vorsorgeuntersuchungen? Also die gibt es ja in den verschiedenen Bereichen. In Deutschland gibt es ja diesen Check-up ab 35 und als der vor einigen Jahren eingeführt wurde, in der Form, dass die Krankenkassen dafür bezahlen, haben die Ärzte richtig gejubelt, weil natürlich dann die Praxen voll wurden. Es gab dann schon erste Ergebnisse nach dem Motto, wenn du nur etwas suchst, dann findest du auch was. Ist es heute so, dass all jene, das ist von denen, die jetzt den Check-up machen lassen, von den Gesunden, die da hingehen, man in den meisten Fällen etwas findet. Gesunden Menschen wird allzu häufig eine Diagnose angehängt. Man ist der Sache auch etwas genauer nachgegangen und hat eben herausgefunden, dass der Check-up den Menschen keinen Nutzen bringt. Ja, aber wie ist das denn jetzt? Sind die Patienten nur Opfer dieser ganzen Sache? Ja, wir reden ja erstmal von Menschen. Das sind von Menschen, die aus welchen Gründen auch immer dazu gedrängt werden, zum Arzt zu gehen. Die sich dann oft trickreichen Untersuchungen wie der Knochendichte-Messung unterziehen und denen man dann eine Diagnose anhängt. Es mag einen Prozentsatz der Bevölkerung geben, die eine Veranlagung haben als Hypochonder und die geradezu durch die Arztpraxen pilgern und süchtig sind nach einer Diagnose. Ich glaube, diese Zahl wird aber übertrieben dargestellt. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die ein ganz zufriedenes, gesundes Leben führen, die aber bei regelmäßigen Arztbesuchen immer wieder mit der Frage konfrontiert werden, ob sie nicht vielleicht doch krank sind. Im Bereich erfundene Krankheiten, welche Rolle kommt den Medien zu? Ja, aus der Sicht der Krankheitserfinder und derjenigen, die die Krankheiten ganz gezielt aufbauschen, spielen die Medien eine Schlüsselrolle. Weil nur über die Medien erreicht man die Bevölkerung. Ich glaube, es ist ein ganz zufrieden, das ist ein ganz zufrieden, das ist ein ganz zufrieden. Ich glaube, es ist ein ganz zufrieden, das ist ein ganz zufrieden, das ist ein ganz zufrieden.